Religiöse Ur-Erfahrung Allen religiösen Überlieferungen liegt eine gewisse Ewigkeitserfahrung zugrunde. Eine innere Erfahrung, die allen Völkern gemeinsam ist, die die verschiedenen religiösen Überlieferungen jedoch verschieden benennen. Die Erfahrung selber lässt sich schwer definieren, da man die Dinge durch die Brille der eigenen Kultur und Erfahrung sieht. Der kulturelle Bezugsrahmen, in den wir einfach hinein inkarnieren, durchdringt uns so tief, dass es sich selbst in der tiefsten Ur-Erfahrung bemerkbar macht. Aber wenn man diesen bewusst relativiert, indem man ihn betrachtet und erkennt, dann schimmert doch ein Bild der spirituellen Ur-Erfahrung durch. Diese Ur-Erfahrung ist zuerst einmal friedlich und ruhevoll. In Klammer Brahman, im Bereich der Neutralität innerhalb der Dualität. Dann aber glückselig, in Klammer Bhagavan, im liebevollen Austausch mit Gott. Diese Ur-Erfahrung erzeugt das Gefühl der Zugehörigkeit zum Universum, im Sinne einer Verbundenheit zur Mitschöpfung. So etwa wie eine Geschwisterlichkeit. Das ist es, was Freud ein ozeanisches Gefühl nannte, eine Einheitserfahrung. Aber gleichzeitig schafft die Ur-Erfahrung auch ein Erleben, dass man sich in der Welt fremd fühlt, nicht Teil von ihr, da man nun den Ruf der ewigen spirituellen Heimat vernimmt. Das ist es, was die Ur-Erfahrung ist. Das wisst die Ur-Erfahrung ist.